Es ist für mich eine große Freude, dass demnächst die Oper von Mesoslav Weinberg, wir gratulieren, bei Ernst Basics erscheint als CD. Diese Produktion aus dem Jahre 2012 im Konzerthaus Berlin, die ich zu der ersten deutschen, beziehungsweise in der Fall sogar europäischen, Erstaufführung gebracht habe, ist mir als eine der wichtigsten in meinem Leben in Erinnerung geblieben. Ich war nämlich als Jugendlicher, 1983 im Kammermusikalischen Theater in Moskau, dabei, als diese Oper ihre Weltpremiere feierte. Und damals, als ich diese Musik hörte, wollte ich sie sofort dirigieren. Ich hoffe, dass Sie diese Oper auch so lieben werden, wie ich sie liebe. Es ist eine absolut faszinierende Geschichte, basiert auf einer Erzählung von dem großen jüdischen Schriftsteller Shalom Aleyhem, die ganz, ganz, ganz großartige Musik bietet und eine hervorragende, sehr ungewöhnliche und unbeschreibend spannende Handlung. Ich freue mich auf die CD und freuen Sie sich mit uns. Danke an Ernst Basics, an Deutschlandfunk Kultur, an das Konzerthaus Berlin und an alle Mitwirkungen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass diese CD nun erscheint. Danke. Ich bin sehr glücklich darüber, dass das Konzerthaus Berlin und an alle Mitwirkungen ist.